Herr Professor Sierich hat die aufregende Entdeckung unseres Jahrhunderts gemacht. Musste das sein? Wir brauchen einen Mann, der die Pläne so schnell und sicher wie möglich über den Ozean bringt. Tod. Ein perfekter Kopfschuss. Einer von unseren Leuten ist umgelegt worden. Der dritte Mord hat offenbar stattgefunden. Maximalan, so weit sind wir also schon. Einer von der lieben Konkurrenz. Es muss also noch andere geben. Sie als Spezialist müssten doch wissen, dass Geheimdienstlerinnen wie Angewohnheit haben, sich in den Körpern schöner Frauen zu verstecken. Neugierde ist schlimmer als Schlangenbisse. Manchmal ist er gar gefährlicher. Statt'n doch, dass ich mich ihrer Garderobe anpasse. Sonst käme ich mir nackt vor. Finden Sie das witzig? Das geht. Musik Bis zum nächsten Mal.